Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Gefäßen voller Formaldehyd und den finsteren, feuchten und unheimlichen Hühlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meine Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 13. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde und ich bin in ihre Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica. Lisa. Verzeih mir. Durch meinen Ehrgeiz wurde ich in diesen verdammten Verschwörung verstrickt. Verzeih mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. So. Ein Name ist in den Grabstein eingraviert. George Trevor. Da ist ein Schalter. Drücken. Okay. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen nicht in den Chat verfolgt. Ich habe nicht gespeichert, Mädels. Uah. Uah. Ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Ich werde jetzt erstmal... Ich werde jetzt erstmal speichern. Ich werde jetzt... Ach, scheiße. Ich komme ja gar nicht mehr raus. Mann. Fuck. Mann, Kacke. Ja, danke, dass ihr alle da seid in der Let's Play Live Show. Mein Gott. 100. Folge, 50 Zuschauern. Muss ich 50 einfach mal auf den Hauben vorstellen. Ihr seid die Geilsten. Ihr seid echt die Besten. Dass ihr alle da seid. Ich will nicht. Ich will nicht. Boah, ist das eklig, das Vieh. Uah. Ähm. Ja, jeden Freitag, Samstag, ab 20 Uhr. Lalalalalala. Wo muss ich hin? Eine Karte. Okay, mitnehmen. Mhm. Im Karton liegt ein Rückenpanzer einer Spinne. Okay. Und jetzt feiern wir bald Einjähriges... Uah. Let's Play Live Show. Am 7.2. ist Einjähriges hier im Stream. Och, nee. Och, komm. Fuck. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Schöne Spinne, könnte ein gutes Haustier sein. Geh weg, du stinkst. Geh weg. Deine Mama war ein Schmetterling. So. So. Wer ist denn da? Kommt der oder kommt der nicht? Willst du mich verarschen? Oh oh, oh oh. Warum explodiert der nicht? Oh, okay. Bestätigen, bestätigen. Nein, 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 nein. Ich bestätige mal gerade alle bei der Facebook-Gruppe. Ja, bestätigen, bestätigen, bestätigen. So. Das habe ich mal eben getan. Huh. Puh. So. Wir haben alle jetzt bei der, wie gesagt, bei der Facebook-Gruppe habe ich jetzt einfach mal alle bestätigt. So, falls ihr da voten möchtet, wie gesagt, votet da einfach mal. Das geht nicht gut. Das geht voll in die Hose. Das geht voll in die Hose. So. Das musste mal gesagt werden. Da ist Wasser. Da gehe ich jetzt erstmal nicht lang. Scheiße, wir haben schon so lange nicht mehr... Was? Durchlaufen? Generator anmachen und raus. Entweder du stirbst. Stirbst du? Zombie oder spinne. Deine Wahl. Das ist ja... Das... Okay, Generator anmachen und dann raus. Wo ist denn der Generator? Ist der hier? Ich habe die Tür aufgeschlossen. Das ist ein guter Tipp. Generator anmachen und sofort rausrennen. Das werde ich mal tun. Das, äh... Ach, jetzt bin ich hier. Och, jetzt bin ich auch noch in der Küche. Fuck. Aber ich glaube, da war ein, ähm... Ein Farbband. Beim Wasser ist der Generator. Okay. Das zieht nach der Stromversorgung auf. Für den Aufzug. Obziehung durchgebrannt. Auswechsel? Ja. Sehr schön. So, und raus. Raus, 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 raus. Puh, 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 puh. Juck, lecker. Äh, tschau. War hier nicht noch ein Farbband? Hinten am liegen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Oh, nein. Ach, hier war der Aufzug. Hallo? Elfter Stock. Weltraumforschung. Wie fandest du die grausamen Resi-Teile 4 und 6? Oh Gott, ich hab, äh, Resi-Evil 4 war doch mit Leon auf, auf Wii, ne? War das nicht auf Wii? Oder war das auch noch auf dem Gamecube? Der war ganz geil, aber, äh, 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 was wollen wir denn jetzt? Hier will ich, äh, nein, nein, hier will ich gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein, ich will hier gar nicht sein. Ich will speichern, fuck, Mann. Äh, aber hier, äh, ähm, 5 ging auch, aber 6 war echt grausam. 6 war echt, boah, das war echt gruselig. Das war ja kein Resi-Evil mehr, das war ja eher so Massenschlacht. Auch das Ganze mit dem Koop und so, das war alles so irgendwie so nur so hingewürfelt. Uah, ich muss erstmal irgendwie speichern jetzt, das, weil sonst, sonst bringt mir das nicht. Sonst geh ich gleich drauf und darf alles nochmal machen. Und wir haben schon seit Längerem nicht mehr gespeichert. Das ist ja das Schlimme daran. So. Genau, Mikami, genau, 4 war, richtig, 4 war noch Gamecube mit Leon. Uah, ah, ah. Ach, komm. Ich brauche ein Farbband. Ich brauche ein Farbband, Farbband, Farbband. Genau, wir sind über 6 war, ich habe Call of Duty nur mit Zombies. Ja, ich brauche ein Farbband. Wo finde ich ein Farbband, ein Farbband, ein Farbband. Lalalalalala. Wo war denn mal ein Farbband am Liegen, verdammte Axt. Shit. Fuck. Wo finde ich ein Farbband? Scheiße. Haupthalle Tür rechts. Haupthalle Tür rechts. Hier? Haupthalle Tür rechts. Das wäre ja quasi dann hier. Da gehe ich ja wieder nach Harry. Und bei Harry? Ich weiß, wo ein Farbband liegt. Bei der Schrotflinte. Da, wo wir die Schrotflinte ins Bild gelegt haben. Da haben wir das Farbband, glaube ich, liegen lassen. Wenn ich mich recht entsinne. Wenn wir bis dahin kommen. Dass wir so eine Speicherknappheit haben. Das, äh... Nein, die kleine. Ich glaube, wir haben das Farbband da liegen lassen. Bei der Flinte. Glaube ich zumindest. Äh... Was, äh... In roten Räumen liegen noch Sachen. Achso, in roten Räumen liegen noch Sachen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Achso, in roten Räumen liegen noch Sachen. Ach, da! Hä, wie kommt man denn? Ah, okay. Alles klar. Ja, ja, ja. Verstehe schon. Hier auf dem Balkon ist auch was am Liegen anscheinend. Aber was? Hm, schauen wir mal. Ach, stimmt. Das hatte ja auch was zu bedeuten. Danke. Hey, das macht voll Fun mit euch. Das ist so geil. So. Was liegt denn hier? Liegt hier noch ein Farbband? Ah. Uah. Was? Nein, 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 nein. Ach, komm. Das ist so unfair. Das ist so... Es ist so kack unfair. Das ist so kack unfair. Sie können es nicht mehr tragen. Alter, halt die Schnauze. Mann. Ja, toll. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Ich darf alles nochmal machen. Ja, ich bin gleich tot. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh, Mann, ey. Fuck. Scheiße. Und jetzt kommen die Viecher, ne? Mann. Dino Crisis habe ich nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ja? Liebes Hündchen. Ja? Ja, ja. Kleine Tür nehmen, habe ich auch gerade gesehen. Es könnte sein, dass da ein Farbband liegt. Das wäre echt lobenswert. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir echt dann, wenn wir gespeichert haben, ein paar Sachen ablegen, damit wir da die Pflanzen auf den Balkon holen. Harry! Hi! Harry ist immer noch eingesperrt. Uhu. Dü, 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 dü. So. Hey, 43 Zuschauer. Hallöchen. Willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wahnsinn, 23, 23, 23 würde ich sagen. 43 Leute, unglaublich. Ach ja. Ich entsinne mich. Danke, ich habe fleißig aufgepasst. Nein! Fick dich, du Scheißspiel! Fick dich! Scheiße! Fuck! Mann! Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt muss ich echt erstmal zum Safe-Raum. Oh Gott, nee! Bitte! Oh Mann! Scheiße! Dann werde ich oben lang gehen. Weil oben waren ja nicht diese Viecher. Fuck! Scheiße, fuck. Ähm. Dann versuche ich dann da oben rum zu gehen. Und dann die Treppe dann da runter. Jawohl. Ich hoffe, da kommt mir nichts entgegen. Weil dann bin ich jetzt echt geliefert. Scheiße, kein Inventarplatz mehr. Fuck! Mann! Uh, Scheißkackspiel. Nein, ist ein gutes Spiel. Das ist, äh. Das ist so. Belegt. Na, 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 na. Das Spiel erinnert mich irgendwie an Mittelgesoller 2. Okay. Zwei Hunter? Fragezeichen. Ja, ähm. Die Hunter. Also einen habe ich hier erledigt. Der ist hier schon tot. Gott sei Dank. Gut, dass ich den erledigt habe. Ist echt super. Ah, Gott sei Dank. So, jetzt werde ich erstmal ein bisschen was ablegen. Das Buch, das brauche ich jetzt erstmal gar nicht. Das ist total unnütz. Was haben wir denn noch? Konkurs da. Flinte haben wir noch. Gut. Dann würde ich sagen, erstmal speichern. Moment. Ob ich das Farbband habe ich abgelegt, ne? Ach ne, das haben wir ja. Ach, fuck. Mann. Scheiße. Ich muss ja erst das Farbband jetzt holen. Ah, Mann. Was? Plus die Pärchen auf der Couch. Okay, er ist schon gekillt. Ja, einen habe ich hier schon gekillt. Gott sei Dank. Sind noch Stammis da? Ja, plus zwei Pärchen auf der Couch. Gerade wieder wach geworden. Ausgeschlafen jetzt, wa? So, hier kann man momentan gerade nichts passieren. Klammer mit. Ich muss mir noch eben was zu trinken einschütteln. Just a moment. Blub, 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 blub. Mit grünen. Mit der geht er jetzt verdammt. Prost zusammen. So, weiter geht's. In der Let's Play Live schon. Womit Resident Evil. So, jetzt gehen wir erstmal das Farbband holen. Und dann speichern wir. Und dann würde ich sagen, versuchen wir nochmal auf dem Balkon ein paar Pflanzen zu holen. So. Kopf immer noch voll Rotze macht den Zombies Konkurrenten. Und noch 19 Stunden? Yeah. Sonst top. Aber Handy gleich Akku leer. Anschließen. 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 Nichts verpassen. So. Meine Witte. So. Dann gehen wir jetzt erstmal speichern. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann können wir ruhig mal sterben. Das ist nicht so schlimm dann. Aber wenn wir jetzt sterben würden, das wäre echt blöd. Weil ich müsste erstmal überlegen, was wir alles zu tun haben. Was wir alles gemacht haben jetzt in der letzten Zeit. Vielleicht hat ja einer aufgepasst, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Ich weiß gar nicht, ob es da gleich steht. Gucken wir mal. Läuft ja auf dem TV, aber schreiben dann schlecht. Ja, das stimmt. Über die Playstation kann man noch schreiben. Ich muss Pipi. Ja. Pipi Pause. Können wir, je nachdem wie weit ihr seid mit Blase füllen. Mit Blase füllen. Ja, müssen denn alle Pipi machen jetzt gerade? Weil, ähm. Dann machen wir nämlich eine Pause. Also falls ihr müsst Pipi machen, dann machen wir eine Pipi Pause. Also, geh speichern und mach das rote Buch auf. Okay. Äh, speichern. Moment. Oder sollen wir jetzt erstmal eine Pipi Pause machen? Für die, die vielleicht mal müssen oder so. Vielleicht nochmal eine Zigarette rauchen. Oder, ähm. Vielleicht nochmal ein paar Chips holen. Kühlerchen. Bierchen holen. Weiß ich nicht. Für die, die müssen. Die sollen es jetzt ein bisschen mal schreiben. Weil, dann machen wir, wie gesagt, eine kleine Pause. Verschnaufpause. Weil, wir sind ja auch schon wieder fast eine Stunde wieder dran. Und, ähm. Dann können wir das machen. Als Hallerwink. Anna! Ich muss Pipi. So, pass auf. Wir machen das Buch noch mal eben auf. Und dann machen wir mal. Ey. Eine Medaille im Buch versteckt. Cool. Keine besonderen Merkmale. Natürlich. Das sind drei Punkte, sind aber keine besonderen Merkmale. Oder wie? Gefunden im letzten Buch, okay. Naja gut. Da haben wir jetzt die, äh. Lol, spielst du auch leicht? Äh, du. Ich hab einfach mal den mittleren Schwierigkeitsgrad genommen. Ich hab. Ich bin total weg von der Rolle gewesen gestern, wie ich angefangen habe. Und, äh. Ich weiß gar nicht, ob das leicht ist oder mittel. Ich bin davon ausgegangen, dass es mittel ist. Ähm. Aber, äh. Ist auch egal. Wir haben ja trotzdem Spaß. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Dann geht's gleich spannend weiter in der Let's Play Live Show mit Resident Evil. Willst du wissen, wofür die ist? Äh, machen wir gleich. Ich würde sagen, wir holen da erstmal eine Pflanze zum Heilen. Und dann spielen wir gleich weiter. Also, kleine Bibi-Pause, Raucher-Pause und dann würde ich sagen, bis gleich. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Und, äh, zu Resident Evil und dem Let's Play Live Show Marathon 24 Stunden. Ja, wir sind seit 8 Uhr dran mit Resident Evil. Ihr könnt immer noch voten auf Let's Play Leerzeichen Live Show, die Facebook-Gruppe. Ähm. Ich schau mal, ob ich da noch jemanden annehmen muss. Alles. Momentan nicht. So. Ähm. Alle wieder an Bord. Prost zusammen. Alles gecheckt. Bullermann-Check. Alles roger-ab-check. Alle wieder an Bord. Dann geht's weiter. So. Ähm. Ich wollte mal eben die Flint, habe ich mir gerade mal so überlegt, mal kurz auspacken. Das Kampfgewehr. Ähm. Bevor ich dann wieder auf die... Pistolewechsel, denn ich möchte mir doch gerne die Pflanzen bei den Hunden holen. Die Musik erinnert mich an ein Video oder so kann das sein. Weiß ich nicht. Die gibt es übrigens kostenlos zum Runterladen. Die ist frei verfügbar. Das ist eine freie Musik, die kann man ruhig spielen. Die gibt es zum Download. Ich glaube, die heißt Elevator Musik oder so. Wo jemand redet oder so. Irgendwas lustiges. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Konsumer. Kann ich dir nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich habe die wie gesagt gesucht. Elevator Musik oder Elevator Song. Und dann habe ich da Rolativri. Rolativri. Also kostenlos verfügbar zum Runterladen. Und dann habe ich mit ihr einfach aneinander geknüpft und die geht jetzt über eine Stunde die Musik. Reicht. So, Moment. Ich wollte nochmal zum Balkon. Das war unten. Genau. So. Ich weiß, ich muss mich heilen, ja. Deswegen, wie gesagt, ich werde nochmal eben versuchen, den Hund zu erledigen. Um mir dann die Pflanze zu holen. Am besten mit dem Roten dann vermischen. Ne, Quatsch. Geht vollkommen falsch. Mann. Alle schon wieder vergessen. Oh, Wurm, oder? Ich stelle mir auch dabei so vor, wenn so einer so mit den Shakers steht. So. Hi, Harry. Harry. Ja, ist ja gut. Ich weiß. Hass mich gern. Ich dich auch. So, Harry ist noch da. Aber wo Frank ist? Frank ist bestimmt immer noch bei Gisela. Gisela. Lalalala. So. Den Balkon. Moment. Ich gehe auch wieder vollkommen falsch. Wie kann das sein? Natürlich gehe ich falsch. Oder? Nein, ich gehe richtig. Das war ja gar nicht der Balkon. Das war ja so ein Vorgarten. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. So, wo ist der Hund? Ist er tot? Gott sei Dank. Nein, du Kackhund. Geh sterben. So. Äh, hast du die... Hast du die Kommoden weggeschoben in dem Gang gerade? Ja, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Da waren ein paar Sachen drunter. Das habe ich gestern schon gemacht. Aber danke. Kombinieren, so. Verwenden. Hey, gesund. Juhu. Ähm, vorsichtshalber... Bubububububububububu. Ja, nehmen wir mal vorsichtshalber so ein Kraut mit, so.